Guten Morgen zusammen, es ist der 3. Dezember und wir machen das Törchen 3 auf, die Schneeblocke. Ich habe auch noch ein Päckchen vom Adventskalender vom Pflegeheim, das war gestern und das machen wir dann auch noch zusammen auf. Aber zuerst zum Lovekalender, das rappelt, ich bin gespannt, was es ist, das machen wir jetzt auf, ich kann es nicht sehen, ein Lip Voluminizer, ja das hätte ich jetzt heute gebrauchen können, das ist ein Lippenstift, der Volumen gibt, der ein Chili oder irgendetwas im Lippenstift drin hat, dass die Lippe vergrössert wird. Es brennt dann ein bisschen und ich muss, ich kann ihn ja auch schnell aufmachen, ich habe ja hier jetzt diese, das Volkzeichen und die Farbe vor allem. Er ist hübsch, er ist braun, in Nudefarben, da ist er noch verschlossen, lassen wir ihn zu, von Love, ist schön, gefällt mir. Und dann kommen wir noch zum Pflegeheim, geschenkt vom Adventskalender vom Pflegeheim. Für mich ist er gerade sauerhaftig auspackend. Aber wir haben das auch schon geklebt. Schade, dass wir das auch noch brauchen können, aber es ist jetzt wirklich stark geklebt. Machen wir das auch, wenn das geht. Wahnsinn. Und was haben wir hier? Eine Balea Aloe Vera Handcreme, eine Handcreme, das habe ich schon tausendfach. Und künstliche Lippen, so herzig, von Catrice. Und eine, das ist aber süss, und eine Palette von Catrice. Das ist wirklich süss, das gefällt mir so herzig, vom Pflegeheim. Ganz, ganz süss, das gefällt mir. Dann werde ich morgen die Wimpern dann aufkleben. Dann gehen wir in die nächste Position zum Tagesspruch. In der Dankbarkeit bekommt jede Zeit ihre Chance. Vielen Dank und einen schönen 3. Dezember. Franziska Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.